Hallo Leute, mein Name ist Ozzesee und willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft, hier außerhalb unserer römischen Villa, was unser Landwirtschaftsbezirk ist. Und in der Villa haben wir ja eine Getreidefarm, wir haben eine Melonen- und Kürbisfarm, was uns da dann noch fehlt, ist grundsätzlich Karotten, Kartoffeln und Beetroot. Ich denke aber für Beetroot haben wir keine Verwendung, aber hier in der Ebene vor unserer Villa können wir vielleicht je zwei Felder für Kartoffeln und Karotten machen, so dass wir auch von diesen essbaren Dingen etwas auf der Seite haben und natürlich machen wir das automatisch. Das hier ist das magische Setup mit einem Villager hier in der Mitte, einer Farm auf dieser Seite, einer Farm auf dieser Seite mit je einem Farmer. Und wenn die genügend Karotten oder Kartoffeln eingesammelt haben, dann versuchen sie diese dem Villager hier in der Mitte zu übergeben. Da wir aber hier oben ein Traptor haben und hier unten ein Fence, werden sie das nicht schaffen und die Items werden hier unten von dem Hopper Minecart aufgesagt und dann geht das in die Kiste hier unten. Wir machen hier mal zu, sodass wir hier einen Villager reinbekommen und dann können wir hier auf der Seite dann auch je einen Villager reinmachen und natürlich das Feld bestellen. Soweit hat das ja schon mal gut geklappt, nun müssen wir den Villager nur noch hier rausbringen aus dem Minecart, ohne dass er uns davon läuft. Und das ist immer etwas, was manchmal gut funktioniert, manchmal nicht. Okay, schauen wir mal, was wir erreichen können. Genau, das wollten wir nicht erreichen, aber wir brauchen ja sowieso einen Villager da drin, das heißt wir können grundsätzlich erstmal verhindern, dass uns das das nächste Mal wieder passiert. Indem wir hier Blöcke platzieren und dann hier machen wir auf dieser Seite machen wir Kartoffeln. Dafür brauchen wir etwas vom Land. Und wir müssen ein paar Kartoffeln pflanzen, ich habe natürlich nicht genug. Aber der Villager, der Farmer, der sollte die Kartoffeln dann ernten und die restlichen pflanzen. Und dann sollte das gut sein. Vielleicht brauche ich ein paar, weil auf der anderen Seite da drüben, da wollen wir ja auch noch ein paar Kartoffeln pflanzen. Gut, dann probieren wir das Ganze mit dem zweiten Villager auch nochmal. Gewusst wie und dann klappt es auch mit dem Villager und dieser hier ist nicht wirklich das Problem, denn unter Tags wird der Villager gleich zu einer Workstation laufen und wir können hier ohne Problem zumachen. Nun, das ist nur die Hälfte, denn hier auf dieser Seite brauche ich das gleiche nochmals, einfach für Karotten. Und dann müssen wir schauen, denn dieser Pfad hier, der ist etwas eintönig. Mal schauen, ob wir da was Schöneres machen können. Die zweite Seite ist nun auch soweit, aber es wird noch ein Weilchen dauern, bis wir hier Karotten und Kartoffeln produziert sehen. Hier haben wir den Weg mit Stein und ich denke, ich werde den ein bisschen erweitern und dann in einen Weg übergehen, der eher so Brauntöne hat. Was wir hier auch achten müssen, ist, dass unsere Villager nicht umkommen. Das heißt, das eine, wir müssen sicherstellen, keine Zombies, die in der Nähe spawnen, aber sie könnten auch vom Blitz getroffen werden. Darum denke ich, macht es vielleicht Sinn, hier in der Umgebung ein paar Blitzableiter aufzustellen. So wie wir das ja auch schon bei unserem Kolosseum haben, da haben wir potenziell das gleiche Dilemma. Und wenn die weit genug weg sind, dann sollte das überhaupt kein Problem sein. Nun, ich glaube, hier brauchen wir nur Slabs, Halbblöcke, denn wir sind hier in der Ebene und dann schauen wir mal, was ich da zusammenbekomme. Und so sieht das Ergebnis aus. Hier vom Dach von unserer Wähler macht die Farm nicht einen wirklich großen Eindruck, aber ich denke, sie ist groß genug für das, was wir brauchen. Hier der Übergang von Stein zu den etwas erdigeren Tönen ist nicht ganz einfach, aber ich denke, es funktioniert. Und wie wir sehen, sind auch die Karotten und die Rüben alle gewachsen, sodass wir nun hier in den Kisten hoffentlich auch schon die ersten Resultate sehen. Und wie ihr sehen könnt, haben bisher all unsere Villager überlebt, was gut ist, keine Zombie-Attacken und möglicherweise auch keine Stürme, welche sie in Hexen verwandeln hätte können, denn üblicherweise, was man bei solchen Farmen macht, ist ein Glas-Layer, eine Glasebene drüber für zur Überdachung. Aber ich denke, das passt hier nicht so ganz ins Atmosphärische. Wir haben das da oben beim Villager für das Getreide gemacht und den etwas unter Grund verfrachtet. Aber hier draußen auf dem offenen Feld, denke ich, ist das nicht so passend. Also, das war es für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefreut und ihr schaltet auch nächstes Mal wieder zu, wenn es heißt, ein weiterer Tag in Minecraft. Also, bis dann und tschüss.